Schwarz-Weiß Kapitel 11 Besseres Kennenlernen Harry war überglücklich, als er auf den Ländereien von Hogwarts unterwegs war. Er liebte es, draußen in der Natur zu sein. Eingesperrt war er in seinem Leben oft genug gewesen. Langsam ging er über das Gras und genoss die frische Luft. An einem Baum lieb er stehen und wandte sich dann an seine gefiederten Schulterpolster. »Gut, ihr zwei, dann dreht auch mal eine Runde. Ich würde euch beide wirklich gerne nebeneinander fliegen sehen. Das sieht bestimmt wunderschön aus.« Fawkes und Hedwig warfen sich über Harrys Kopf einen Blick zu, bevor sie der Aufforderung des Jungen nachkamen und sich in die Lüfte erhoben. Sie flogen eine Runde über die Köpfe der beiden Menschen, bevor sie in Richtung See abtreten. Sie wussten, ihr Schützling würde sich dorthin auf den Weg machen. Immerhin wollten sie ihr nicht ganz aus den Augen verlieren. Snape ging währenddessen neben Harry her, passte seinen Schritt dem Jungen an. Der Professor merkte an dessen langsam Bewegung, wie schwach sein Schüler noch war. Aber er verstand den Jungen auch, dass er einfach etwas frische Luft brauchte. In angenehmen Schweigen ging sie Richtung See. Als sie dort ankamen, bückte Harry sich zum Wasser runter und fing an, mit beiden Händen im Wasser zu plätschern. Nach einer Weile drehte er sich zu seinem Lehrer um. »Ich möchte Ihnen einen Freund von mir vorstellen. Sie kennen ihn sicher.« Snape sah den Grüneugigen nur verwundert an. »Wen, bitteschön, wollte er Ihnen denn hier vorstellen? Und wieso sollte Snape ihn kennen?« Weiter kam er in seinen Überlegungen allerdings nicht, denn da stieg schon eine Wasserfrontäne auf und heraus schoss der Kraken des Sees. Erschrocken wich der Tränkemeister einen Schritt zurück. Den kannte er allerdings, aber seit wann war das viel mit irgendjemandem befreundet? Soweit der Lehrer wusste, hatten die meisten Schüler Angst vor dem Seeungeheuer, wie sie es nannten. Harry hingegen ging furchtlos auf den Kraken zu und streichelte ihn, woraufhin der Kraken ihn doch tatsächlich einen Fangarm um die Taille legte, als würde er ihn umarmen wollen. »Hallo, Robin. Schön, Dich zu sehen. Darf ich Dir Professor Snape vorstellen?« »Professor Snape, das hier ist Robin.« Auf diese Vorstellung hin reichte der Kraken, Robin, ihm einen Tentakel, den der verwirrte Lehrer auch nach einigen Augenblicken ergriff und schüttelte. Wenn ihn vor zwei Tagen jemandem gesagt hätte, er würde mal einem Kraken die Hand geben, hätte er denjenigen in St. Mungus eingeliefert. Nachdem er den Tentakel wieder losgelassen hatte, wandte er sich an Harry, der immer noch in der Umarmung hing und ihn strahlend anblickte. »Robin?« »Ja, er neigt dazu, den Älteren etwas zu klauen und es dann an die Jüngeren weiterzugeben. Deswegen habe ich ihm den Namen gegeben,« meinte der Junge nur und kraute seinen Freund, »hinter den Ohren?«, »Ohrlöchern?«, »was auch immer ein Kraken hatte.« »Seit wann sind sie denn mit »Robin« befreundet?« Soweit sich Snape erinnerte, hatte er Harry noch nie am See gesehen, zumindest nicht bis zur zweiten Aufgabe im Tremagischen Turnier. Seit letztem Jahr, nachdem ich herausgefunden habe, was die zweite Aufgabe ist, musste ich schwimmen lernen. Robin hat es mir beigebracht. Dass der Junge nicht schwimmen konnte, überraschte Snape nicht wirklich. Nach allem, was er bereits über dessen Verwandten gehört hatte, war es nicht verwunderlich, dass Harry nicht schwimmen konnte. Aber dass ein Seekraken als Schwimmlehrer fungierte, war dem Tränkemeister neu. Allerdings war das für ihn nur noch ein Beweis mehr, dass ein Schüler wohl eher die Anlage dazu hatte, ein weißer Vampir zu werden, als ein Racheengel. Er beobachtete Harry, der eine Zeit lang mit Robin spielte, als die Wasseroberfläche sich schon wieder kräuselte und diesmal drei Wasserleute aus den Wellen aufstiegen. Sprachlos beobachtete der Tränkemeister, wie Harry völlig ohne Scheu nur noch auf diese zu ging. Was ihm aber jetzt fast die Gesichtszüge entgleisen ließ, war die Szene, die sich ihm jetzt bot. Harry bildete mit Daumen und Zeigefinger ein O, hielt es waagerecht und fuhr sich mit den Fingerspitzen über das Brustbein. Einer der Wassermänner fing daraufhin ebenfalls an zu gestikulieren und Snape konnte nur zusehen, wie plötzlich alle drei Wasserleute und sein Schüler sich auf diese Art unterhielten. Nun drehte Harry sich zu seinem Lehrer um und bewegte seine Hände dazu, als würde er seinen Gesprächspartnern erklären, wer er war. Professor, das sind June, K. und Jin. Es sind ebenfalls Freunde und meistens die Leidtragenden von Robins Liebereien. Der Professor wandte sich an die drei Männer und nickte ihnen, der er nicht wusste, was er sonst tun sollte, zu. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Jungen. Harry, was sind das für Zeichen, die Sie da gerade eben verwendet haben? Es sah fast so aus wie Gebärdensprache. Ganz genau, das ist es auch, Professor. Ich habe am Anfang versucht, die Sprache des Wasservolks zu lernen, bekam davon aber nur Halsschmerzen. Also habe ich ihnen einfach die Gebärdensprache beigebracht. Und wie Sie sehen, funktioniert das super. Der Junge strahlte bei dieser Erklärung bereits wieder so, dass Snape beinahe dessen Zustand vergessen hätte. Es war unglaublich, wie sehr sich dieses Kind für etwas begeistern konnte und vor allem, dass er scheinbar ohne irgendwelche Vorurteile auf andere Wesen zuging. Die Unterhaltung in Zeichensprache ging noch eine ganze Weile weiter. Snape wünschte sich, er könnte daran teilhaben, aber leider verstand er keine Gebärden. Er nahm sich aber vor, bei Gelegenheit ein Buch darüber zu kaufen oder einfach Harry zu fragen, ob er sie ihm beibrachte. Innerlich musste er über sich selbst den Kopf schütteln. Er hätte nie gedacht, dass er mal darüber nachdachte, ausgerechnet Harry Potter zu fragen, ob er ihm in irgendetwas Unterricht geben würde. Nach einiger Zeit tauchte einer der Wassermänner, Snape glaubte, es war June, wieder in den See ab, kam aber bereits nach kurzer Zeit wieder und überreichte Harry etwas. Nach noch ein paar Gesten verabschiedeten sich sowohl die Wassermänner als auch Robin und verschwanden wieder im See. Harry kam strahlend auf seinen Tränkeprofessor zu und zeigte ihm das Geschenk der Wassermänner. Snape machte große Augen. In Harrys Hand befand sich eine Wasserbirnenkoralle. Es war äußerst schwer, an diese Früchte heranzukommen, da sie sehr versteckt wuchsen. Sie galten als äußerst wohlschmeckend und kraftspendend. Snape selbst hatte noch nie eine probiert, da sie ihm einfach zu teuer waren. Nun brach der Junge die Frucht in zwei Teile und reichte eine davon seinem Lehrer. Hier, Professor, für Sie. Überrascht nahm der Tränkemeister die ihm angebotene Frucht entgegen, was Harry ein schüchternes Lächeln entlockte. Die Wasserbirnenkoralle machte ihren Ruf wirklich alle Ehre. Sie schmeckte köstlich und Snape spürte sofort die stärkende Wirkung. Nach einigem Schweigen warnte sich der Lehrer wieder an seinen Schüler. Wo haben Sie die Gebärdensprache gelernt? Harry sah ihn einen Moment traurig an und Snape verfluchte schon, dass er überhaupt gefragt hatte, als der Junge antwortete. Mit sechs Jahren in meiner Grundschule hatte ich eine Klassenkameradin, die taub war. Sie hat mir die Sprache beigebracht. Es war interessant, denn entgegen aller Meinung ist die Gebärdensprache nicht buchstabengetreust gestikulierende Lautsprache, sondern sie hat ihre eigene Grammatik. Auf jeden Fall war Jenny, so hieß das Mädchen, ein halbes Jahr lang mit mir befreundet. Harry brach ab und blickte traurig auf seine angeknabberte Frucht. Was ist nach diesem halben Jahr passiert? Snape wusste nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte er ein schlechtes Gefühl, was die Antwort betraf. Dudley wollte sich ebenfalls mit Jenny anfreunden, weil ihr Vater für Onkel Vernons Firma arbeitete, dachte er, sie würde sich lieber mit ihm abgeben, als mit mir, dem Freak. Sie hatte aber Angst vor ihm und seiner Gang, vor allem weil diese mich immer jagten und verprügelten. Mein Cousin war sauer. Er erzählte seinen Eltern, dass ich ihm die Freunde wegnehmen würde. Meinem Onkel hat das überhaupt nicht gefallen, deshalb hätte Jennys Vater einfach in eine andere Filiale seiner Firma versetzt und sie mussten umziehen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen und Freunde fand ich dann auch natürlich keine mehr. Entweder sie hatten Angst vor Dudley und seiner Schläger-Truppe oder sie fürchteten auch, umziehen zu müssen. Fassungslos hatte Snape der Geschichte gelauscht. Er wusste ja schon, dass Harrys Verwandten unfähig waren, sich um den Jungen zu kümmern, aber anscheinend traf das auch auf ihr eigenes Kind zu. Denn von selbst würde mit Sicherheit kein Sechsjähriger auf die Idee kommen, andere Menschen so zu behandeln. Wieder blickte Snape auf seinen Schüler, der gerade dabei war, Stücke von seiner Wasserbirnkoralle an Fawkes und Hedwig zu verfüttern. Die beiden hatten ihren Ausflug beendet und sich wieder auf Harrys Schultern niedergelassen. Sie nahmen das Wasserobst zwar mit Freude an, achteten aber darauf, dass auch der Grünäugige davon aß. Die beiden wurden dem Tränkemeister mit ihrer Fürsorge mit jedem mal sympathischer. Nachdem Harry Junes Geschenk mit Hilfe der beiden Vögel aufgegessen hatte, wandte er sich wieder seinem Lehrer zu. Es war eigenartig, aber sich mit dem Professor zu unterhalten, erschien ihm so natürlich, genau wie bei Luna. Das brachte ihn darauf, dass er mit Snape unbedingt über seine kleine Schwester sprechen wollte. Er wusste zwar nicht warum, aber es war so. Wissen Sie, Professor, wenn letztes Jahr wirklich die wichtigste Person der Teilnehmer in den See entführt worden wäre, dann hätte es sich in meinem Fall nicht um Ron gehandelt. Ich denke, Professor Dumbledore hat einfach die für ihn naheliegendste Entscheidung getroffen. Sie meinen aufgrund von Mr. Weasleys Eifersucht? Nein, natürlich war Rons Eifersucht lächerlich, aber auch wenn er sich nicht wie der letzte Berg treu benommen hätte, ist er nicht die wichtigste Person für mich. Und bevor Sie fragen, nein, es ist auch nicht Sirius. Es ist Luna. Das verwunderte den Tränkemeister nun doch. Er hatte zwar bemerkt, dass die kleine Lovegood, Harry, sehr wichtig war, das hat er ihm ja bereits gesagt, aber dass sie sogar den reudigen Köter übertraf, war doch merkwürdig. Also fragte er, seit wann kennen Sie Miss Lovegood eigentlich? Sie ist immerhin in einem anderen Jahrgang. Hat Miss Weasley sie Ihnen vorgestellt? Harry lächelte. Es freute ihn, dass ein Professor sich so für ihn interessierte. Nein, ich kenne Luna seit meinem dritten Jahr. Um genau zu sein, habe ich sie gleich beim Bahnhof vor den Kutschen kennengelernt. Dank dem Überfall der Dementoren im Zug konnte ich mich nun genau an die Ermordung meiner Mutter erinnern. Und als wir dann alle zu den Kutschen gingen, konnte ich dadurch auch die Testrale sehen. Ich habe sie so lange angestarrt, dass Luna auf mich aufmerksam wurde. Sie hat mir gesagt, es sei alles in Ordnung. Sie würde sie seit ihrem ersten Jahr in Hogwarts sehen können. Snape lief ein Schauer über den Rücken, als er das hörte. Nicht über die Testrale, denn entgegen ihrem Ruf waren es äußerst friedfertige Tiere. Aber dass der Junge sich daran erinnern musste, wie seine Mutter vor seinen Augen getötet wurde, machte ihn doch zu schaffen. Kein Wunder, dass er damals immer in Ohnmacht gefallen ist, sobald ihn ein Demento über den Weg lief. Und jetzt konnte Snape auch verstehen, warum Harry damals unbedingt den Patronus lernen wollte. Der Tränkemeister sah mitfühlend auf den Jungen, der neben ihm ging, und strich ihm, wie schon oft, seit dem letzten Tag über die Haare. Harry blickte seinen Lehrer aus großen, traurigen Augen an, als diesem Fass die Luft abschnürte, bevor er weitersprach. Später dann habe ich Luna über die Wesen ausgefragt, die die Kutschen zogen, und sie hat mir alles über sie erzählt. Später haben wir sie dann auch öfter besucht. Schauen Sie nicht so, wir waren nicht im Wald. Meistens weideten sie in der Nähe von Hagrids Hütte. Naja, auf jeden Fall habe ich Luna dabei immer besser kennengelernt, und wie bereits gesagt, nenne ich sie jetzt meistens meine kleine Schwester. Snape kannte viele Geschichten, die sich die Lehrer über Luna Lovegod erzählten, und auch er hatte schon einige merkwürdige Erlebnisse mit dem Mädchen gehabt. Deshalb überlegte er einen Moment, wie er seine nächste Frage formulieren sollte, ohne den Jungen zu verärgern. Ist es nicht manchmal schwer, sich mit Miss Lovegod zu unterhalten? Immerhin weiß man oft nicht, wovon sie spricht. Vor allem die ganzen Wesen, an die sie glaubt, müssen doch manchmal etwas irritierend sein. Entgegen Snapes Befürchtung lächelte Harry bei seiner Bemerkung. Eigentlich finde ich genau das an ihr so liebenswert. Ich könnte stundenlang zuhören, wie sie mit ihrer verträumten Stimme von irgendwelchen Wesen erzählt. Es stimmt zwar, dass es auf die meisten komisch wirken muss, dass sie an Dinge glaubt, die für andere nur in der Fantasie existieren, und manchmal nicht mal da. Aber sie vergessen, dass unsere Welt für Muggel genauso nur ein Hirngespinst ist, und trotzdem existieren wir. Na gut, dieses Argument leuchtete dem Tränkemeister durchaus ein, aber eines verstand er immer noch nicht ganz. Aber wenn das so ist, wie sie sagen, verstehe ich nicht, warum ihre Schwester, wie sie sie nennen, nur so lange an diese Wesen glaubt, bis deren Existenz bewiesen ist. Diese Frage brachte Harry zum Lächeln. Er blickte seinen Lehrer verschmitzt an, als er fragte, Professor, glauben Sie daran, dass es Einhörner gibt? Snape warf seinem Schüler einen irritierten Blick zu. Warum sollte ich an Einhörner glauben? Ich weiß schließlich, dass es sie gibt. Wieder lächelte Harry, und seine Augen blitzten richtig, als er zu seinem Lehrer aufsah. Der Tränkemeister brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, warum der Junge ihm diese Frage gestellt hatte. Sie meinen damit, warum sollte man an etwas glauben, von dem man weiß, dass es existiert? Der grüneugige nickte. Genauso ist es. Wissen macht den Glauben überflüssig. Snape war überrascht, eine solche Aussage von einem fast 15-Jährigen zu hören. Er musste schon sagen, dieser Vormittag ließ ihn seinen Schüler noch einmal ganz von vorne kennenlernen, und es gefiel ihm ausgesprochen gut. Harry sah einen Moment in eine andere Richtung, bevor er sich wieder seinem Lehrer zuwandte und abrupt das Thema wechselte. Professor Snape, macht es ihn etwas aus, wenn wir, bevor wir zurück in die weiße Hölle müssen, noch kurz Hagrid besuchen? Etwas überrumpelt sah Snape auf Harry, der ihn mit dem gleichen Blick, wie vorhin Poppy bedachte. Nach kurzem Überlegen nickte der Tränkemeister. Er hatte es ja gewusst, dass er diesem Blick nicht würde widerstehen können. Harry strahlte und machte sich, seinem Professor im Schlepptau, auf den Weg zu seinem großen Freund. Als die beiden an Hagrids Hütte ankamen, war dieser gerade dabei, die Testralherde zu füttern. Auf Harrys Ruf hin drehte sich der gutmütige Heilbrise um und kam zu ihnen gerannt. Snape musste sich zusammennehmen, um nicht zurückzuweichen, wohingegen Harry völlig ruhig stehen blieb. Als Hagrid bei ihm angekommen war, hob er den Jungen kurzerhand hoch und setzte ihn sich auf den linken Arm. Hey Harry, schön dich zu sehen. Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht, als ich von deinem Zustand gehört habe. Wollte dich eigentlich auch besuchen, aber du kennst ja Poppy. Wie hast du es eigentlich geschafft, dass sie dich rauslässt? Oder bist du getürmt? Harry lächelte nur glücklich und umarmte Hagrid, so gut es bei dieser Größe eben ging. Hallo Hagrid, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nein, ich habe mich nicht weggeschlichen. Poppy hat mir ganz offiziell einen Spaziergang erlaubt, aber natürlich nur unter Aufsicht. Dabei zeigte er auf seinen Lehrer und die beiden Vögel, die bei Hagrids Hochheberattacke auf einen Fenstersims geflüchtet waren. Erst jetzt bemerkte Hagrid den Tränkeprofessor und nickte diesen freundlich zu. Snape erwiderte die Geste, wenn auch ohne dabei zu lächeln. Harry wandte sich wieder an Hagrid. Warum steht denn die ganze Testralherde vor deiner Hütte? Ihr Revier ist doch eigentlich weiter hinten. Das liegt daran, dass ich mit deinem Jahrgang als erstes diese Tiere durchnehmen will und da wollte ich sie schon mal darauf vorbereiten. Willst du zu ihnen? Harry nickte und der Riese ging mit dem Jungen immer noch auf dem Arm zu der Herde. Snape überraschte es, dass Hagrid überhaupt nicht verwundert zu sein schien, dass Harry die Testrale sehen konnte. Bis ihm einfiel, dass der Junge ja bereits öfter hier gewesen war. Anscheinend kannte wenigstens ein Erwachsener den Kleinen, wenn auch sicher nur zum Teil. Aber dass es gerade Hagrid war, sollte eigentlich nicht verwundern. Immerhin war er der Erste, der jemals nett zu Harry war. Bei den Tieren angekommen, setzte der Wildhüter den Jungen wieder ab und der wurde sofort von neugierigen Pferderüsseln beschnuppert. Dem Tränkemeister war es im ersten Moment etwas mulmig zumute, den zierlichen Jungen vor einer ganzen Schar Todesboten umringt zu sehen. Er beruhigte sich allerdings wieder, als er sah, wie friedlich die Szene war. Plötzlich kam ein Fohlen in vollem Galopp auf Harry zugestürmt und bremste nur mit knapper Not direkt vor diesem. Na, Riff-Ruff, hast du deine Gliedmaßen immer noch nicht richtig unter Kontrolle? Das Testralfohlen wierte auf diese Frage nur und rieb seinen Kopf wie eine Katze an dem Jungen. Sie haben dieses Fohlen Riff-Ruff genannt? Warum? Harry drehte sich lächelnd zu seinem Professor um. Ganz einfach, als Luna und ich letztes Jahr hier waren, fanden wir den Kleinen hier, wie er sich hoffnungslos in den Brombergestrüpp verfangen hatte, da war er gerade mal eine Woche alt. Als ich dann zwei Wochen später noch mal alleine hier war, war er so stürmisch, dass er sich das hintere Bein verstaucht hat. Deswegen finde ich den Namen passend. Nicht wahr, kleiner Riff-Ruff? Damit gab er dem Fohlen ein Stück Fleisch, das Hagrid ihm in einem Eimer hinhielt. Für Snape war es einfach nur unglaublich. Jeder andere, der Testrale sehen konnte, machte einen großen Sicherheitsabstand um diese Tiere. Denn obwohl sie äußerst friedfertig sind, stößt ihr Aussehen und ihr Ruf die meisten Menschen ab. Aber nicht so Harry. Er ging nicht ganz selbstverständlich mit der Herde um, als wären es gewöhnliche Pferde. Nein, er gab ihnen auch noch Namen. Der Tränkemeister hätte sich am liebsten geohrfeigt, wenn er daran dachte, dass er in diesem Jungen jemals James Potter gesehen hatte. Hagrid wandte sich nach einiger Zeit an Snape. Professor, möchten Sie mit Harry noch auf eine Tasse Tee mit reinkommen? Er muss doch nicht sofort zurück zur Krankenstation, oder? Nun sah ihn der Halbrise doch tatsächlich an wie ein Kind, das um Süßigkeiten bittete. Hatte er diesen Blick etwa von Harry abgekupfert? Der ihm im Übrigen ganz genauso ansah. Na, großartig, Poppy würde ihn köpfen. Aber was soll's. Also bejahte er, was ihm ein Grinsen von Hagrid einbrachte, bei dem man unter anderen Umständen Angst bekommen konnte. Fröhlich plaudert stapfte der Wildhüter auf seine Hütte zu. Harry hingegen blieb ein wenig zurück. Er senkte die Stimme so, dass nur Snape ihn hören konnte. Professor, der Tee von Hagrid schmeckt toll, aber nehmen Sie sich in Acht vor seinen Keksen. Die würden Sie nicht mal in Nevilles Verjüngungstrank weich bekommen. Snape schluckte bei der Vorstellung. Er konnte sich nur zu genau daran erinnern, was bei Longbottoms Verjüngungstrank im letzten Jahr passiert ist. Der Junge hatte es doch tatsächlich geschafft, nicht nur die Tischplatte, sondern auch den Kessel zum Schmelzen zu bringen. Wie, wusste der Tränkemeister bis heute nicht. Aber die Vorstellung, dass selbst diese Säure bei den Keksen des Riesen versagen würde, bekam der Professor Sodbrennen. Am besten, sie lassen sie einfach auf den Boden fallen. Eines von Hagrids Tieren wird es schon fressen. Tun sie immer. Snape nickte Harry zu, um zu zeigen, dass er verstanden hatte. Dann folgten beide dem Riesen in die Hütte. Auf dem Tisch hatte es sich Fawkes und Hedwig bereits gemütlich gemacht und wurden misstrauisch von Fang, Hagrids ängstlichem Saurüden, beobachtet. Der Riese verteilte den Tee in die bereitgestellten Tassen und stellte noch eine Schale mit den berüchtigten Keksen auf den Tisch. Dann wandte sich Hagrid wieder an Harry. Professor Dumbledore hat mir erzählt, was deine Verwandten mit dir gemacht haben. Ich hätte sie damals alle gleich in Schweine verwandeln sollen, das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Schimpfte er los. Harry zog Dunlowe lächelnd mit den Schultern und trank von seinem Tee. Snape hingegen verfluchte die Indeskriktion des Direktors. Gut, der Tränkemeister hatte nichts gegen den Riesen, aber er kannte auch dessen Art, einfach drauf loszuplappern, ohne vorher nachzudenken. Auf diese Weise würde bald jeder über Harrys Familiensituation Bescheid wissen und das auch noch, bevor das Ministerium auf den Plan trat. Der Professor überlegte sich gerade, zu welchem Zaubertrank er den Direktor verarbeiten konnte, als er durch Hagrids nächste Frage geradezu aus allen Wolken fiel. Und was James getan hat, ist auch nicht in Ordnung. So hätte ich dein Vater wirklich nie eingeschätzt. Er war doch immer so ein Lieber, etwas stürmischer Junge und jetzt das. Hat Dumbledore schon eine Idee, wie er das Problem lösen kann? Und weißt du schon, welches magisches Blut du in dir hast? Snape sah deutlich, wie Harry bei dieser Frage blass wurde. Ohne Zweifel dachte er an das, was er gestern im Buch gelesen hatte. Eigentlich wollte der Tränkemeister gestern schon mit dem Jungen darüber sprechen, um ihm wenigstens ein wenig die Angst zu nehmen, aber dann waren der Albtraum und die Narben dazwischen gekommen und heute Morgen war er einfach noch viel zu wütend auf Black, um daran zu denken. Und wo er gerade beim Thema Wut war, gab es eigentlich irgendjemanden, denen der Direktor noch nichts über Harrys Schicksal erzählt hatte? Und das, wo Grippock sich bemüht hatte, genau solche Fragen Außenstehenden nicht zu beantworten? Mühsam, seine Wut hinunterschluckend, legte er seine Hand beruhigend auf Harrys zitternde Schulter. Auch die beiden Switcher-Maschinen hatten ihre ganze Aufmerksamkeit wieder auf den Jungen gerichtet. Hagrid sah man an, wie bestürzt er bei Harrys Reaktion war. Er wollte ihn doch auf keinen Fall aufregen. Harry, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Bitte beruhige dich. Ich verspreche, es wird alles gut. Dumbledore wird bestimmt eine Lösung finden. Ja, sicher, fragte sich nur, für wen die Lösung gut sein würde. Bis jetzt hatte der Direktor auf ganzer Linie versagt. Snape konnte sich gerade noch zurückhalten, diesen Kommentar laut auszusprechen. Sarkasmus würde dem Grüneugigen jetzt auch nicht helfen. Langsam löste sich die Verkrampfung des Jungen und auch seine Atmung wurde wieder langsamer. Es ist nicht deine Schuld, Hagrid. Es ist nur alles viel auf einmal. Meine Verwandten und dann auch noch der Verrat von James. Der Riese nickte verstehend, sah aber immer noch betrübt aus. Snape beschloss, den Besuch an dieser Stelle abzubrechen. Es war ohnehin Zeit, zurück zur Krankenstation zu gehen und der Junge wirkte auch bereits wieder müde. Erstaunlicherweise ließ sich Harry, nachdem er sich von seinem großen Freund verabschiedet hatte, ohne Widerworte wieder zurück ins Schloss führen. Die ganze Zeit über wirkte der Junge sehr still und sah sich immer wieder verstohlen um, als würde einen Angriff erwarten. Er blieb auch den ganzen Rückweg sehr dicht an Snapes Seite, wie um bei seinem Lehrer Schutz zu suchen. Und obwohl Harrys Unsicherheit ja eigentlich traurig war, erfüllte das Vertrauen seines Schülers den Professor mit Stolz. Wieder einmal spürte Snape das warme Gefühl, gebraucht zu werden und es ließ sein Beschützerinstinkt nur noch weiter steigen. Auch Fawkes und Hedwig hatten ein wachsames Auge auf ihr Küken. Sie saßen im Moment allerdings nicht auf Helmschulter, da dieser einfach zu müde war, um als Sitzstange zu fungieren. Stattdessen hatten es sich die beiden diesmal auf dem Tränkemeister bequem gemacht. Gut, dass Ferien waren. Sein Ruf wäre sowas von dahin, wenn das seine Schüler sehen könnten. Als sie in der Krankenstation ankamen, wurden sie gleich von Poppy in Empfang genommen. Sie brachte Harry ins Bett und bestellte ihm ein Essen. Gerade als der Junge mit dem Essen beginnen wollte, bekam er Post.